So, hier haben wir die Belén, eine ganz tolle, liebe Hündin. Ja, du bist super, aber eine große Maus, eine ganz liebe. Und da hinten haben wir den Eien. Eien wird so, ja, so Münsterländer-Mix, so in diese Richtung gehen von der Rasse. Und die sind echt beide super nett. Der Eien ist natürlich aktiv, also wäre was für aktive Leute. Vielleicht auch die wandern oder gerne spazieren oder joggen. Also der hat schon Spaß. Ich denke, vielleicht auch für eine aktive Familie oder für aktive Leute, die gerne draußen auch mal sind. Das ist ein ganz toller Kerl, ganz schlau und ganz lieb. Die waren eben draußen, nur dann sind die immer so am Laufen und dann kann man die so schlecht dann filmen. Und jetzt sind sie ein bisschen ruhiger. Die Belén, das ist auch so eine große Mischlingshündin. Und dann sind sie ein ganz lieb. Ja, hallo mein Schatz. Sag mal hallo, ich möchte ein Zuhause. Ganz hübscher Kerl. Ja, das ist jetzt doof mit dem Licht ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020